Eine Fledermaus flog durch die Luft. Plötzlich fiel sie ins Gras. Ah! Ein Wiesel kam und wollte sie fressen. Hm, lecker! Vogel, ich muss dich auffressen, weil ich alle Vögel hasse. Aber ich bin doch kein Vogel. Ich bin doch eine Maus. Ich hasse selber alle Vögel. Oh, das wusste ich nicht. Daraufhin schenkte das Wiesel ihr das Leben. Die Fledermaus flatterte nach oben. Und ihr passierte wieder das gleiche Unglück. Nein, nicht schon wieder. Ein Wiesel kam und wollte ihr den Hals umdrehen. Ich mag dich nicht. Ich hasse alle Mäuse. Deshalb muss ich dich fressen. Aber ich bin doch keine Maus. Ich bin doch ein Vogel. Ich beteuerte die Fledermaus. Der Wiesel entschuldigte sich und schenkte ihr das Leben. Die Fledermaus flog davon.